Bevor es jetzt losgeht mit einem neuen Video von Modern Value Investing, denk daran, dies ist nur unsere persönliche Meinung, welche auch total falsch sein kann. Wir können nicht für die Vollständigkeit des Inhalts garantieren oder für fehlerhafte Aussagen haften. Du musst dir immer deine eigene Meinung bilden und eine eigene Entscheidung treffen. Beachte dazu auch den Disclaimer in der Infobox. Denn unsere Mission ist einfach. Wir wollen dir helfen, eine eigene Meinung zu bilden. Es gibt immer und irgendwo einen Bullenmarkt und wir werden diesen gemeinsam finden. Modern Value Investing startet jetzt. Hi, ich bin Philipp. Willkommen bei Modern Value Investing. Ich weiß, manche von euch spielen Lotto, andere wollen ein Update und deswegen fangen wir jetzt an mit dem Update. Heute besprechen wir wie immer 9 Unternehmen und diese 9 Unternehmen werden sein. Kellogg's, UnitedHealth, Volkswagen, Facebook, IBM, ThyssenKrupp, Warren Buffetts, Berkshire Hathaway, Caterpillar und Continental. Fangen wir direkt an mit Kellogg. In den letzten 12 Monaten ging es 5,5% nach unten. Der aktuelle Petrovsky F-Score 5 von 9 möglichen Punkten. Der Levermann-Score aktuell 3 Punkte. Was bedeuten würde halten? Nach Peter Lynch haben wir hier einen Slowgrower. Analysten rechnen ab zur 20 wieder mit steigendem Umsatz, steigendem EBIT, steigendem Gewinn je Aktie und auch steigender Dividende. Marcel, was sagt der Chart? Schön, dass du da bist. Vielen Dank Philipp und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Wir steigen direkt ein mit dem Chart der Kellogg Company. Die Kellogg Company läuft schon seit einigen Jahren eher seitwärts und leicht tendenziell fallend. Aber zuletzt gab es recht gute Zahlen, das 52 Wochentief bei etwa 51,3 Dollar und nach den guten Zahlen dann ein Upgap, was meistens wieder zu Kursgewinnen führt. Mittelfristig oder kurzfristig sehe ich den Kurs bei etwa 70 Dollar und dann müssen wir natürlich weitersehen, wie sich die Lage entwickelt. Zurück zu dir und zum nächsten Unternehmen. Ja, vielen Dank, machen wir weiter mit UnitedHealth. In den letzten zwölf Monaten ging es 9,9% nach unten, der aktuelle Petrovski F-Score 6 von 9 möglichen Punkten. Der Lebermann-Score minus 3 Punkte, was bedeuten könnte verkaufen und nach Peter Lynch haben wir einen Average Grower. Analysten rechnen mit mehr Umsatz, mehr EBIT, mehr Gewinn und auch mehr Dividende für die Aktionäre. Marcel, auf geht's zum Chart. Danke dir und wir werfen einen Blick auf den Chart der UnitedHealth Group. Langfristig orientierte Anleger wissen, dass die UnitedHealth Group stetig ein Erfolgsgarant ist im Depot und immer für grüne Positionen sorgt. Doch wer erst seit einem Jahr dabei ist, der wird feststellen, so richtig entwickelt hat sich die Aktie nicht. Wir sind in einer Seitwärtsphase, zuletzt eher Unruhen aufgrund politischer Diskussionen und Debatten rund ums Gesundheitssystem in den USA. Und hier sehen wir, dass immer wieder sehr stark markante Chartmarken hielten. Und eben hier beim 52-Wochen-Tief bei 216 Dollar ist dann eine Unterstützung gebildet worden. Der Kurs drehte wieder hoch und hatte sich Richtung Allzeit hoch gemacht, nachdem dann allerdings wieder politische Unruhen im Gesundheitsbereich aktiv wurden. Ging es dann wieder runter und erst kürzlich wurde bei 222 wieder ein neues lokales Tief gebildet. Der Kurs drehte und jetzt bleibt abzuwarten, prallt der Kurs wieder nach oben ab von der 222 Dollar Marke oder unterschreitet er diesen und bleibt dann eben bei dem erst zuvor gebildeten Unterstützung bei 216 Dollar hängen. Wir werden es sehen und für euch weiter beobachten. Zum nächsten Unternehmen zurück zu dir, Philipp. Vielen Dank, machen wir weiter mit VW. In den letzten zwölf Monaten ging es 12,7% nach oben. Aktueller Petrovski F-Score hier von neun möglichen Punkten. Der Levermann-Score minus ein Punkt, was bedeuten würde verkaufen und nach Peter Lynch haben wir ein zyklisches Unternehmen. Analysten rechnen mit mehr Umsatz, mehr EBIT, mehr Gewinn und auch mehr Dividende für die Aktionäre. Was sagt der Chart? Ein direkter Blick auf den Chart der Volkswagen-Aktie und wir sehen einen stabilen Seitwärtstrend. So etwas Stabiles sieht man tatsächlich relativ selten über so einen langen Zeitraum. Über ein Jahr geht es nun zuverlässig auf und ab. An der Spitze knapp bei 165 Euro. Unten im Tief geht es Richtung 135 Euro in etwa. Und da dazwischen eben wie erwähnt das Auf und Ab für Trader natürlich ganz besonders lukrativ. Zurzeit stehen wir genau in der Mitte dieser Seitwärtsbewegung. Es könnte also weiter rauf, aber auch weiter runter gehen und an den jeweiligen Stellen und Unterstützung oder eben Widerständen abprallen. Zum nächsten Unternehmen und zurück zu dir Philipp. Vielen Dank, machen wir weiter mit Facebook. 13,4% ging es in den letzten zwölf Monaten nach oben. Aktuelle Petrovski-F-Score 7 von neun möglichen Punkten, der Levermann-Score 2 Punkte, was bedeuten würde verkaufen. Nach Peter Lynch haben wir hier ein Fast-Grower. Analysten rechnen mit mehr Umsatz, mehr EBIT und mehr Gewinn je Aktie. Was sagt der Chart? Danke dir und wir schauen uns einen spannenden Chart an und zwar den von Facebook. Und ganz links im Bild erkennt ihr noch das Allzeithochputz vor der 220 Dollar Marke. Anschließend enttäuschende Quartalszahlen, die zu einem starken Abverkauf führten. Der eine oder andere wird sich noch daran erinnern. Dann ein etwas langatmiger Abwärtstrend, der auch sehr stabil in der Range blieb, bis dann hier Anfang des Jahres 2019 der Ausbruch erfolgte. Stabilität kam hinein und starke Quartalszahlen katapultierten den Kurs über die 160 Dollar Marke. Dort kam dann auch immer wieder Stabilität hinein und die Unterstützung bei 160 Dollar hielt. Später dann die Libra-Fantasy, die den Kurs weiterhin mit einem Upgap befeuerte. Zuletzt sehen wir bei 180 Dollar ist die Konsolidierung beendet und der Kurs kann Fahrt aufnehmen über die 200 Dollar Marke. Wir werden weiter beobachten zum nächsten Unternehmen. Weiter geht's mit IBM. In den letzten 12 Monaten 2% Minus. Aktueller Betroffs GF-Score 7 von 9 möglichen Punkten. Der Levermann-Score 5 Punkte, was bedeuten würde kaufen. Nach Peter Lynch haben wir hier einen Slowgrower. Analysten rechnen mit mehr Umsatz ab 2020, mehr EBIT, mehr Gewinn je Aktie und auch mehr Dividende für die Aktionäre. Was sagt der Chart? Vielen Dank und wir werfen einen Blick auf den Chart der IBM. Der IBM ist seit 2012 in einem intakten Abwärtstrend gefangen. Zum Jahreswechsel wurde ein Mehrjahres-Tief gebildet und die anschließenden Zukäufe und das starke Quartal Anfang des Jahres setzten den Kurs auf über 130 Dollar. Diese Chartmarke hielt in den kommenden Wochen und Monaten einmal im Juni und erst kürzlich im August. Ein zwischenzeitliches Hoch hat sich bei 150 Dollar gebildet und das ist auch die Oberkante des langfristigen Abwärtstrendes. Dieser muss in Zukunft nachhaltig überboten werden, damit wir den langfristigen Abwärtstrend dann auch endlich mal gebrochen haben. Sollte dies nicht der Fall sein, könnte der Kurs wieder Richtung Mehrjahres-Tief und auch darunter wieder laufen. Zurück zu dir Philipp und zum nächsten Unternehmen. Machen wir weiter mit ThyssenKrupp. In den letzten zwölf Monaten minus 44,5 Prozent, aktueller Betriebs-GS-Score sechs von neun möglichen Punkten. Der Levermann-Score minus acht Punkte, was bedeuten würde verkaufen. Nach Peter Lynch haben wir hier ein zyklisches Unternehmen. Analysten rechnen mit mehr Umsatz, mehr EBIT, aber auch wieder einem positiven Gewinn je Aktie ab 2020 und die Dividende soll auch ab 2020 wieder zulegen. Ein Blick auf den Chart der ThyssenKrupp AG zeigt uns ein wenig zuversichtliches Chartbild. Wir sehen einen intakten Abwärtstrend seit einigen Jahren und in der Spitze des letzten Hochs waren wir bei etwa 27 Euro je Aktie. Zuletzt wurde sogar das Mehrjahres-Tief eine Unterstützung, was schon sehr oft gehalten hat, bei 11,20 Euro sogar unter Boden. Bei 9,40 Euro kam Stabilität hinein und zuletzt aufgrund der Geschichte mit der Aufzugssparte und dessen Verkauf oder eben den möglichen IPO, den die Aufzugssparte haben sollte, kam wieder ein bisschen Hoffnung hinein. Sollte man im optimistischen Fall hoffen, dass hier ein Boden gebildet wird zwischen 49 und 11,20 Euro, so wäre ein Ausbruch nach oben vielleicht wieder ein bisschen Hoffnung für die Langfristanleger. Sollte es darunter gehen, dann werden wir einfach eine Trendfortsitzung sehen. Zurück zu dir. Vielen Dank. Kommen wir zu Berkshire Hathaway. In den letzten zwölf Monaten ging es 1,4% nach oben. Aktueller Betroffs-GF-Score 5 von 9 möglichen Punkten. Der Lebermann-Score 4 Punkte, was bedeutet kaufen und nach Peter Lynch haben wir einen Average-Grower. Analysten rechnen mit mehr Umsatz, mehr EBIT und mehr Gewinn je Aktie ab 2020. Was sagt der Chart? Der Chart eines der beliebtesten Aktien der Berkshire Hathaway von Warren Buffett steckt seit Anfang 2018 in einer Seitwärtsphase. Viele Unterstützung und viele Widerstände haben sich in der Zeit gebildet und zuletzt wurde die Range etwas kleiner. Zwischen 197 Dollar und 217 Dollar ging es auf und ab. Zuletzt sahen wir wieder eine Wende an der Unterstützung und ich vermute und gehe davon aus, dass wir wieder an diesen Widerstand bei 217,5 Dollar herankommen. Ein Ausbruch aus dieser Chart-Marke könnte dann neue Allzeithochkurse wieder ermöglichen. Zurück zu dir. Vielen Dank, kommen wir zu Caterpillar. In den letzten zwölf Monaten ging es 9,5% nach unten. Aktueller Betroffs-GF-Score 7 von 9 möglichen Punkten. Der Lebermann-Score 0 Punkte, was bedeutet würde verkaufen und nach Peter Lynch haben wir hier ein zyklisches Unternehmen. Analysten rechnen mit mehr Umsatz, mehr EBIT, mehr Gewinn und auch mehr Dividende für die Aktionäre. Was sagt der Chart? Ich bedanke mich und wir werfen einen Blick auf den Chart von Caterpillar. Seit 2018 befindet sich Caterpillar in einem Abwärtstrend. In einer gewissen Range, hier einmal eingezeichnet mit den grauen Linien, geht der Chart auf und ab und es werden immer tiefere Hochs und immer tiefere Tiefs gebildet. Zuletzt ganz pünktlich an der Linie, dann wieder die Wände, es ging wieder nach oben und der Kurs stabilisiert sich. Die Frage ist, wann bricht der Kurs aus diesem Abwärtstrend aus? Das kann schon beim nächsten Mal passieren, aber es kann eben auch nochmal von dort an herunter gehen. Eine Bodenbildung ist also abzuwarten. Eventuell haben wir auch schon einen doppelten Boden gesehen. Das wird sich jetzt zeigen und zwar einmal hier am Grünpfeil und eben hier, als es schon mal aus dem Abwärtstrend hinausging. Dort wurde das Tief auch herausgenommen. Also wir beobachten das weiter und ich bin sehr gespannt. Zum nächsten Unternehmen. Vielen Dank, kommen wir zu Continental. In den letzten zwölf Monaten ging es 28% nach unten. Aktuelle Petrovski F-Score, 5 von 9 möglichen Punkten. Der Lebermann-Score, 1 Punkt, was bedeuten würde verkaufen und nach Peter Lynch haben wir ein zyklisches Unternehmen. Analysten rechnen mit mehr Umsatz, mehr EBIT ab 2019, mehr Gewinn je Aktie, auch wieder ab 2019 und mehr Dividende für die Aktionäre, auch wieder ab 2019. So Marcel, vielen Dank, dass du da warst und jetzt führ uns doch noch einmal durch den Chart. Und mit der Continental AG sehen wir heute den letzten Chart des Tages. Und der ist wenig positiv, denn im Zuge der Unsicherheiten im Automobilsektor sind natürlich auch die Zulieferer zunehmend in Bedrängnis. Der Abwärtstrend nun schon deutlich und schon eine lange Zeit fortlaufend. Zuletzt erst ein Mehrjahrestief, kurz über der 100-Euro-Marke. Da dreht der Kurs wieder und man muss hier ganz klar sagen, der Trend kann sich weiter fortsetzen. Die Unsicherheit ist hier nach wie vor in den Märkten für die Automobilbranche. Ich würde hier absolut abwarten und nicht voreilig handeln. Mein persönliches Highlight heute ist die Aktie von Kellogg's, die wir anfangs gesehen haben. Hier war das Upgap sehr attraktiv für einen langfristigen Einstieg. Ich bedanke mich bei der Community und bei dir, Philipp. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Jetzt hast du einen Überblick bekommen zu folgenden neuen Unternehmen. Kellogg, UnitedHealth, Volkswagen, Facebook, IBM, ThyssenKrupp, Warren Buffetts, Berkshire Hathaway, Caterpillar und zu guter Letzt Continental. Welches Unternehmen finde ich im Moment ziemlich spannend? Und da muss ich sagen, ich bin ziemlich positiv überrascht von IBM. Jetzt interessiert mich aber natürlich wie immer deine Meinung. Was hast du im Depot? Was betrachtest du? Und denke mal daran, wir von Modern Value Investing sind überzeugt. Es gibt im Moment irgendwo einen Bullenmarkt. Wir werden natürlich versuchen, diesen zu finden und in diesen zu investieren. Also bleibt dabei bei Modern Value Investing. Ciao.